Audio Log Nr. 1, 23. August, 5987. Ich, Julius Tennant, befinde mich aktuell auf der ISS 902, dem Erkundungsraumschiff der Menschen, gestartet vom Planeten Irkos in der 207. Raumsphäre. Heute werden ich und vier andere Wissenschaftler auf einem unbekannten Planeten abgesetzt, der Spuren von einer verlorenen Zivilisation zeigt. Jeder wird an einem anderen Punkt stationiert, der Kontakt wird also nicht lange bestehen bleiben, um möglichst unabhängig Ergebnisse sammeln zu können. Was wir uns von der Expedition erhoffen? Geschichtliche Erkenntnisse über unsere Galaxie und Kontakt mit möglichen Außerirdischen, dem Beweis, dass wir nicht die einzigen Lebewesen in unserem Universum sind. Begleitet werden wir dabei von einem Elektrum, einem elektronischen Partnerwesen, das sowohl als Gesprächspartner als auch zum Sammeln und Speichern von Informationen dient. In wenigen Minuten werde ich mein persönliches Elektrum erhalten und mit dieser Kapsel, die mir sowohl als Schlafquartier als auch als kleines Labor zur Verfügung stehen wird, zu dem Planeten geschossen. Landung erfolgt wenige Minuten darauf. Doktor Tennant, ich bin hier, um Sie zu verabschieden. Kommandant Gorka? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Mission, Doktor. Sie kennen die Instruktionen. Sammeln Sie Informationen über die Vegetation und die Ruinen. Versuchen Sie alles, was Sie finden, zu vermerken. Besonderes Augenmerk liegt auf der Geschichte dieser Ruinen, auf eventuelles intelligentes Leben und fremdartige Technologien. Unser Scan hat ergeben, dass dieser Planet eine solide Atmosphäre hat. Sie werden den Raumanzug höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Hier ist die Elektrum. Noch einmal. Viel Glück und Erfolg Ihnen. Vielen Dank, Sir. Ich werde mein Bestes geben, damit diese Mission ein Erfolg wird. Ach ja. Noch eins. Pass auf dich auf, Julius. Wir wissen nicht, was da unten vielleicht noch alles wartet. Danke, Sir. Ich bleibe vorsichtig. Noch eine Minute bis zum Start. Bitte bereisen Sie sich vor. Okay. Schnell, 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 schnell! Geh da rein! Okay. Noch 30 Sekunden bis zum Start. Zehn Sekunden bis zum Start. Pause neu. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Start initialisiert. Oh! 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 Landung erfolgreich!